Ausverkaufte Big Mike und Gianni La Bamba Show in Köln. Heute Abend 16.12. im Group Walter. Es geht gleich volle Pull-up. Gianni ist rein für die Bühne. Hatte Skia dabei. Heute wird Abfahrt gemacht. Gibt's richtig auf die Schnaufe für alle kostenlos. Es ist nie so schlecht. Nur bis die Frische Köln muss. Der Stoff muss in den Träumen alle sind. Gehen wir wieder hoch. Bellissima Kolodia Alla Grönche Vita Magica Bellissima Kolodia Alla Grönche Vita Magica Bellissima Kolodia